Vor dem Elfmeter bist du zu mir und hast gesagt, du machst sie nicht? Ja, ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Es sind drei hinschlafen und ich habe gesagt, ich soll entscheiden, wer schiesst. Verständlich hat das ich nicht gemacht und ich will gar nicht darüber reden. Er hat sie gemacht und fertig. Nach dem Elfmeter hat er gesagt, jetzt kannst du dich aus dem Goal holzen. Das habe ich gar nicht gesehen. Wirst du es jetzt verloren für dich? Nicht schön. Gratulierst du nicht zum Wintermeister? Nein, wieso soll ich? Was hat Tacosta zu dir gesagt vor dem Elfmeter? Der Tacosta ist typisch ein Provokateur. Was mir überhaupt nicht gefällt. Und er hat einfach gesagt, ich... Du triffst sie nicht? Ich mache nicht rein, genau. Ich habe es auch nicht richtig verstanden. Und ich habe ihm gesagt, ich kann den Ball aus dem Netz fischen. Hast du das vorhin gesagt oder nach dem Elfmeter? Nein, vor dem Elfmeter natürlich. Als er mir gesagt hat, ich werde ihn verschiessen, habe ich eben so gekontert. Und so ist es dann passiert. Schmückt eine Derbe-Sieg auch besonders gut? Ja, sicher. Vor allem... Wir haben ja vorher gewusst, dass wir schon Wintermeister sind. Das hat uns natürlich dann noch mehr motiviert. Und wir wollten dann einfach noch die super Vorrunde mit einer Derbe-Sieg abschliessen. Aber mit dem Tacosta gehst du jetzt nicht in die Winterferie? Nein, zum Glück nicht. Danke vielmal!